und zwar geht es in diesem video um den tiktoker finde der ja relativ groß ist nicht nur auf tik tok sondern auch auf youtube mit 1,1 millionen abonnenten glaube ich 1,34 millionen und der wurde anscheinend von einem obdachlosen exposed und das finde ich interessant wie wird man von einem obdachlosen exposed und vor allem in welchem bezug zu also was hat er gemacht was exposed werden kann da gehen wir rein auch habe ich mir sagen lassen dass besagter findel auch schon ein statement gebracht hat zu der exposerei ich habe von dem film nur so über memes und sowas mitgekriegt und der hat auch geld verschenkt oder was weiß ich was so hat damit videos gemacht und anscheinend hat er auch diese typischen hey obdachloser wir machen dein leben schön oder sowas videos die ich hasse ich hasse diese videos ich finde das so schrecklich dieses hey du mittelloser mann lass mich oder frau lass mich dir geld geben oder dir helfen und mich dabei filmen wie ich mit deinem leid geld mache während ich dir helfe in anführungsstrichen einem tag so ich hasse das ich finde das nicht ich finde das nicht cool ich finde das ist keine geile art content zu machen ich das wirkt für mich irgendwie predatory so dass ja das gibt mir sonst so ein saviour touch so hey ich der was weiß ich was ich komme und rette dein leben jetzt indem ich dir einen tag lang geld gebe oder oder mit dem makeover mache und dabei filme ich das natürlich und machen natürlich dann auf deinem nacken mit deinem leid ordentlich padder mehr geld als ich dir gebe und als ich eine ausgebe so dass effektiv dein leid mein geschäftsmethode ist so finde ich wenn du leuten helfen willst dann spende doch organisationen oder spende der person straight so und sagt dann ja ich hab ne ich hab ein paar leuten geld gespendet so was war nice und so ne mal was zurückgeben und sowas alles cool macht doch aber daraus content machen ich bin da kein fan von gar nicht also wirklich ich finde das super sass und menschen die das machen und sich da halt so als savior inszenieren so die sind mir sehr unsympathisch und ich finde die auch verdächtig dein leid komme mein geld geschehe adm1 rahl unterstrich hipster cheered x100 dein leid komme mein geld geschehe oder so kappa vielen vielen dank für die 100 bits haben ja letzte das ist halt so also wenn du damit lagst dich so inszenierst so das tun halt leute die halt auf andere weise keinen positiveren effekt machen können und damit reichweite und plattform so ich finde das ist verdächtig ich find's das die meisten hier sollten finnel kennen er ist unter anderem darunter bekannt dass er an anführungsstrichen random leute auf der straße krass teure sachen schenkt wie real das hey du fremde person ist das okay dass ich dich dass ich dich filme und dir dann geld schenke wir haben natürlich im vorfeld nicht ein einverständnis bekommen weil sonst würde ich dich ja es ist halt dumm es ist halt dumm natürlich ist das gestellt also obvias ließ das gestellt ganze wirklich ist und vor allem wie weird diese situation immer sind vor allem wenn man die gleiche zähne anscheinend mehrmals neu filmt folgst du finde genau das ist es nämlich dass diese dieses altruistisch altruistischen content machen um sich zu inszenieren und zu sagen so ja aber er macht ja wenigstens was gutes so ja dabei profitiert eher als am meisten davon und er hat gerade bei einem mr beast er hätte die möglichkeiten systemische lösungen zu integrieren oder zu umzusetzen so will er aber nicht er will sich ja damit inszenieren damit platte und geld machen so und ich denke mir dann nicht so das ist das ist nächsten liebe das was der mensch da macht so das ist sein geschäftsmodell das ist sein konnte das ist sein job das ist halt das hat nichts mit es ist ja es ist halt einfach letztendlich ist es symptombekämpfung und du bestätigt eigentlich damit nur den status quo weil im schlimmsten fall heißt es ja aber guck mal die wirklich die dire die menschen die reich sind und den das auch wirklich gut tut die das verdient haben die geben ja auch zurück unser system funktioniert so ja aber wenn das so wäre dann gäbe es ja keine altersarmut so es ist halt so ja aber der gibt ja zurück alles ist cool so nee das bestätigt ja nur den status quo und der status quo ist dass wir schrecklich mit obdachlosen umgehen dass wir probleme mit altersarmut haben dass wir einen untergezahlten gesundheitssektor haben dass wir oder einen ineffizient finanzierten gesundheitssektor haben dass wir zu wenig bis gar keine innovationen im bereich bildung und justizwesen wenn es um infrastruktur geht so das sind alles bereiche da das reicht nicht wenn du hier mal ein paar hundert euro da mal ein paar hundert euro an die ärmsten gibst du das ist halt so ja dann löst das nützt gar nichts außer dass du dich da halt mit bereichern kannst was sagst du zu spenden streams für orgas bin ich gut haben wir selbst gemacht letztes jahr glaube ich drei gemacht oder sowas finde ich gut man sollte sich ja damit nicht irgendwie krass inszenieren da halt als als zählt ja so man kann es halt machen so bin ich gut vor allem für dedizierte organisation wo man weiß das kommt da auch an und kann verwendet werden so aber also finde ich gut finde ich nicht schlecht spenden streamer zu also und von mission erde gehört ja klar so finde ich generell nicht schlecht so aber ich finde es halt immer schwierig so wenn wenn man durchs geben sich selbst sich selber sondern sondern hebel gibt um sich zu überheben so das was halt damals hier die wer war das war das war das carnegie the gospel of wealth so dieser gedanke von ja das ist gerechtfertigt der wohlstand ist wohlstand der halt auch so ein stück weit in form von stiftung oder sowas dann der gesellschaft einen mehrwert zurück gibt so ja das ist halt nicht gerechtfertigt wenn du multimilliardär bist so mehr geld besitzt als ganze länder halt jemals haben werden so und du dann hier und da mal ein museum brauchst du das ist halt so nee weiß ich nicht also denke ich mir nicht so und darüber will man mit augen wischerei solcher kleinen symbol gesten in form von diesem ding im kleinen also das was er macht ist das ist halt das im kleinen so und ich finde das halt ich finde es halt nicht ja cool spenden stream für den bauernverband bitte kapper ach ja die das 2800 euro bekommen sie durch subventionen milliardäre sollte nicht existieren sollte eigentlich nicht möglich sein also ich bin kein ich habe da da endet auch meine mein linker staat ist schon wieder so ich bin kein feind von reichen ich habe kein problem mit millionären so ich habe kein problem wenn man sich eine millionen aufbaut oder wenn man irgendwelche tollen innovationen sammelrababbeln wenn du nicht million wenn du millionär bist und ohne dass du in die dritte welt ausgeaktiv ausgebeutet hast also kinderarbeit was weiß ich was so habe ich kein großes problem mit so milliardäre du wirst nicht milliardär weil du eine dufte idee hattest oder weil du die ärmel hoch gekrempelt hast und halt reingegrindet hast und ein bisschen vorsprung im leben hatte so das wärst du da nicht du musst halt du musst halt mit dem silbernen löffel geboren werden und halt ausbeute und das ist halt noch ein ganz anderer ballpark so und da bin ich halt auch das milliardäre sollte es nicht geben so jemand wenn jemand millionär ist so du kannst durch youtube millionär sein weil die geilen content macht die Leute gucken sich das an so du grindest hart rein so du kannst dadurch millionär werden da sehe ich noch kein großes problem wird erbschaft regelt und dass das finde ich halt das ist halt ungerecht enteignung wann mit einer million bist du nicht mal bei it with meint nö ich weiß und da bin ich auch völlig finde ich auch völlig völlig gut also das hat genau das ding milliardäre sollten halt milliardäre sollten nicht existieren erbschaft ist moderne monarchie ja leider ja erbschaft hat doch das ist halt geld adel das ist halt der geld adel von amerika so haben die ihren adel angezüchtet nachdem sie sich hat gegründet hatten so durch hat dass die verehrung des kapitals durch den entfesselten kapitalismus so was ist hat deren oberschichten jetzt noch eine ganz spannende doku von arte gesehen kann ich empfehlen ist ein dreiteiler glaube ich kann ich sehr empfehlen geht um wohlstand des geld und kapitalismus ich weiß gar nicht wie die doku heißt egal egal wir sprechen wieder ab jahrelang wobei komm machen wir ein bisschen mehr wert zu dem etwas seichterem content ich zeige euch kurz die doku kapitalismus made in amerika so heißt sie sage ich kann die kurz einblenden so heißt sie die haben wir im stream geguckt war sehr interessant kann ich wirklich wärmstens empfehlen und zwar und zwar so heißt der hase wieso ist das runtergeskultiert da so heißt das kann ich wirklich wärmstens empfehlen für amerika kritische kapital kritische menschen wirklich sehr stabile content arte hat ne da macht öffentlich rechtlich noch richtig sind arte wirklich immer stabil so dass jetzt einmal nur ein kleiner exkurs um vielleicht ein bisschen mehr wert in dieser debatte reinzubringen ist es ein bisschen mehr gesellschaftskritik hier reinzubringen und zurück in den content vermeintlichen content von film von finde ich immer noch sehr kritisch wahrnehme ja zeig mal her ähm ähm sag nochmal sag das nochmal und dann lächelt bitte danke haben mittlerweile schon viele andere behandelt das ist dein ernst das ist mein ernst ja mein gott danke ok mal da ist die übergabe gedreht und dann von beiden seiten nochmal ein reaction shot ist das nicht ein bisschen komisch in diesem video möchte ich mich auf etwas ganz besonderes fokussieren nee das mache ich immer so wenn ich random Menschen einfach so ungefragt filme und den sachen in die hand drücke so das ist nicht gestaged das war ein zufall das war alles zufällig Jan Finnel will einen Obdachlosen den schönsten Tag schenken so hier haben wir extra einen roten Teppich nur für dich äh ausgerollt diesen Obdachlosen namens Jürgen haben wir in der nächsten Guffikursfolge die nächste Woche auf diesem Channel Drop in Köln an Karneval interviewt den hat ihn damals erkannt als äh ja also Bindestrech stream ja also ich finde das ich finde es also ich muss ich muss mich mit ihm als Menschen gar nicht auseinandersetzen um den halt auch als furchtbar zu bieten ich finde es schrecklich also sich da so zu inszenieren ich finde das schrecklich ich kann ich feiere das gar nicht habe jemand von uns schon gesagt so ich finde das unglaublich unsympathisch das ist halt einfach der ja also ist halt Saviour so ein typischer Saviour Move so ey ich bin hier und guck mal wie toll und dufte ich ja bin so das ist halt Povertyp ja Povertyp ja doch guck mal dem armen Menschen hier dem mache ich jetzt seinen schönsten Tag so ja cool und danach ist er wieder arm und obdachlos so hä aber er hatte ja einen schönen Tag so ja und du hast dir damit einen Reibach gemacht und deinen Unterhalt damit finanziert so cool wie viele random an ihm vorbeigegangen sind ich bin Keno und du bist der Jürgen in dem Video was gerade mal sechs Monate her ist sagt Finnel noch das hier übrigens Jürgen und bist du cool leben sogar inzwischen in einer eigenen Wohnung wie kann das damit zusammen passen dass Jürgen mit seinem Hund immer noch an den typischen Platz auf der Straße zu finden ist offensichtlich hat sich ja hier anscheinend gar nichts verändert auf YouTube sieht das aber ganz anders aus deswegen haben wir in der Goofy Kurzfolge interviewt und Jürgen zu der Zusammenarbeit mit Finnel befragt du hast ja mal ein Video von Finnel mitgemacht wie war das damals so das mir ging es an dem einen Tag sehr gut ganz ehrlich ja ich hab gut gekriegt aber es war ja das ist ja auch der Anspruch gewesen dass er an einem Tag es ihm sehr gut geht so aber dann finde ich es halt umso wilder wenn er dann am nächsten Tag wie auf der Straße sitzt ein bisschen zu schnell und zu riesengroß von ganz unten angeblich bis nach ganz oben gleich und dazwischen gibt's nix ja ein Obdachloser der leider in der Gesellschaft sehr weit unten liegt keine großen finanziellen Ressourcen hat wird von einem großen YouTuber von den einen auf den anderen Tag komplett zugeballert also vom Penner auf deutsch gesagt oder vom von der Straße gleich in Rolls Royce und dann mit dem Hubschrauber und dann eine Suite das war einfach zu viel das ist schon derbe unangenehm ne hey du da der der du gar nichts hast komm setz dich in meinen Rolls Royce lass uns in eine riesige Suite komm lass uns doch mal das Leben genießen wie sie die Reichen genießen so das ist schon der wohl also vor allem wenn das nicht das weiß ich nicht also weiß ich nicht weiß ich wirklich nicht ob er ihm damit einen Gefallen getan hat ja oder halt ein halbes Jahr eine kleine Mietswohnung in dem 10 Quadratmeter Zimmer oder sowas also also weiß ich wirklich nicht find ich also ja es ist halt irgendwie weiß ich nicht weiß ich nicht ja ja genau das waren die Worte die mir gefehlt haben guck mal guck mal was dir alles fehlt guck mal was die richtig Reichen alles haben so guck mal guck mal weiß ich nicht ja zu schnell er fährt mit ihm in einen Rolls Royce wird mit einem Heli durch Köln geflogen danach gibt es teuer essen und am Ende darf er noch in einer Suite schlafen wobei naja das stimmt nicht so ganz aber darauf kommen wir gleich noch mal ganz ehrlich wozu braucht ein Obdachloser sowas der am Existenzminimum lebt das ganze wirkt ja schon fast so als ob Finnel das einfach nur wegen seinem Ruf macht mir hat es gefallen klar ich saß das erste Mal im Rolls Royce das war gigantisch aber hey ein Rolls Royce würde ich mir nie kaufen auch wenn ich das Geld dazu hätte aber das ist einfach zu extrem bombastisch das wurde gewaltig übertrieben denn wie gesagt jemand der am Existenzminimum lebt und plötzlich ganz weit oben ist also quasi von ganz unten bis nach ganz oben der braucht doch sowas nicht vor allem wenn am Ende des Tages davon noch gar nichts bleibt klar hat Finnelin auch eine Menge Geld gegeben und dem Hund quasi auch das Leben gerettet und ich will ja auch gar nicht sagen dass alles daran falsch ist aber der Rest ist das wirklich alles nötig und vor allem ist es fragwürdig wenn man das seinen Zuschauern so verkauft als ob es den Obdachlosen wirklich darauf auf Dauer gut geht denn das ist einfach nicht so in dem Video wirkt das so als ob Jürgen in der Suite schläft bei allen gehen in die Suite dort endet das Video es wird nie gesagt dass Jürgen wieder ein weiß ich nicht finde ich auch ganz makaber muss ich gestehen weiß ich wirklich nicht was das soll ja das war halt er hat halt mal eben es ist halt also gibst ihm halt alles in die Hand und nimmst es ihm dann am Ende des Tages wieder weg so weiß ich nicht also wenn er ihm nachhaltig helfen wollen würde so dann hätte er eben wahrscheinlich keine Ahnung wirklich nicht es ist halt leicht es ist halt schwerer als hey lass mal hier einen schönen Tag machen so für meinen Content um mich damit zu inszenieren vor 1,6 Millionen Menschen war so viele haben das gesehen schon einen guten Grund warum es Streetworker gibt und nicht einfach Leute mit Geld durch die Gegend rennen und Leute mit Geld beschmeißen true that genau das nämlich deswegen mir spontan fällt auch nicht ein was ich tun könnte um dieser Person jetzt zu helfen so es ist halt es ist halt deutlich komplexer als hey hier hast du mal ein paar Honis und einen schönen Tag so es ist halt letztendlich es ist eine leere Geste und die macht er ja nicht nur damit es ihm gut geht sondern er inszeniert sich halt auch mit der leeren Geste und vor 1,6 Millionen Menschen das Video hat ihm locker dreistellig vierstellig eingebracht also wahrscheinlich mehr als das er ausgegeben hat und das ist halt es stößt mir sauer auf auf jeden Fall an seinen alten Platz rausgelassen wird denn das würde ja fast bedeuten als ob es Jürgen kein Stück besser durch dieses Video geht das wird aber einfach gar nicht gezeigt Jürgen sagt in der Interview nämlich das dazu genau in die Suite ich hab dann zu denen gesagt fahr mich nach äh fahr mich zum Hauptbahnhof ich möcht's hier raus zu schlafen das ist total toll wie du auch mitmachst ich möcht's hier raus zu schlafen also Jürgen hat gar nicht in der Suite geschlafen sondern einfach wieder am Bahnhof ich finde es halt sehr problematisch dass ein Finn in seinem eigenen Video sagt dass er jetzt mittlerweile in einer das geht halt auch einfach nicht also weiß ich also das wirkt halt das wirkt halt noch mehr wie hey ich ich zwäng dir jetzt meine Hilfe auf auch auch wenn du das vielleicht gar nicht willst aber ich weiß schon was du brauchst und was du willst so da kommt noch mehr dieser Savior Komplex durch so dieses ah du da der du der du falsch lebst ich werde dir jetzt mit meinem großen Kapital und meinem Wissen wie das Leben ablaufen sollte helfen wie man wirklich lebt aber auch nur so lange wie ich da bin und dann geh ich weg und dann bist du wieder auf dich allein gestellt bada bada bing so also stößt mir sauer auf das ist mir halt wirklich das gibt mir halt und ich weiß ich mach mich ja wieder unbeliebt mit aber ganz ehrlich ist mir ah don't give a shit so das gibt mir halt ich fahr nach Afrika und und bau nen Brunnen so und dann fahr ich wieder nach Hause Vibes so ja und dann wird der Brunnen halt von irgendwelchen keine Ahnung irgendwelche Organisationen genommen instrumentalisiert oder so und keiner hat was davon aber du fühlst dich gut weil du hast einen Brunnen gebaut so so es ist halt es ist halt kein authentischer nachhaltiger ja genau Ding jetzt net von dir dass du hier unseren Brunnen gebaut hast so Nestle plötzlich kommunistisch geworden unser Brunnen so das ist halt also weiß ich nicht weiß ich echt nicht ey vielleicht muss ich da auch mal ein Video machen mit dem Thema aber es juckt eigentlich niemanden oder? egal ich frag ich frag morgen die magische Miesmuschel ob ich das mal thematisieren sollte Wohnung lebt und so tut als ob alles jetzt besser ist durch dieses Video er dann in den Kommentaren auch noch dafür gefeiert wird aber es halt einfach literally nicht so richtig stimmt denn Fakt ist dass dieser Mensch immer noch am Existenzminimum lebt höchstens vielleicht ein bisschen bekannter ist aber immer noch quasi versucht jetzt an eigenes Geld zu kommen denn dieser Mensch ist halt immer noch nicht von der Straße weg was bringt das ein wenn man einen ganzen Tag so unglaublich gut gelebt hat und er sogar sollst dich schützen schützen sag ich es äh sollst dich schon du sollst dich schon ja es ist halt also mit dem Geld mit dem Geld hätte man wahrscheinlich echt nachhaltig Hilfe leisten können so ich hab halt keine Ahnung so ich bin halt kein ich hab weniger wenig Erfahrung mit direkter hier Sozialpolitik im Sinne von Obdachlosen oder wirklich soziale Schwachen so bei mir war da immer der Schwerpunkt eher antirassistische Arbeit und tatsächlich auch Gleichstellung so ähm aber ich bin halt kein Streetwearer ich hab doch keine Ahnung so aber ich bin davon überzeugt dass man auf jeden Fall mehr erreichen kann als irgendein fancy Restaurant mit jemandem der auf der Straße sitzt zu ähm zu ermöglichen also weiß ich nicht inwiefern dieser Tag sein Leben verbessert und das sollte ja der Anspruch sein wenn du dich hier halt als Savior inszenierst weiß nicht weiß ich nicht vielleicht vielleicht sind wir da alle einfach zu 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 aber arme Menschen sollten halt nicht als Content Piece herhalten so und wenn du denen dann helfen möchtest so dann doch bitte ernsthaft und nachhaltig und nicht für deine eigene Bereicherung für deinen eigenen Ruf so das ist halt sind halt keine keine Schausteller oder keine hier Statisten die du dich bedienen kannst für deine Selbstinszenierung so das weiß ich nicht das finde ich unangenehm keine Ahnung ey aber selber in dem Video von Finnel sagt dass das ganze sich gerade wie ein Traummann fühlt ist das alles echt oder träum ich das für mich war der ganze heutige Tag irgendwo aus einer anderen Welt also quasi komplette Reizbeflutung aber es den Menschen am Ende des Tages dann weiterhin immer noch so schlecht geht aber man darüber dann lieber eher schweigt das Schlimme hier dran ist einfach dass dieses Muster sich immer wieder wiederholt es gibt so oft bei seinen Videos einfach diese Fragen die man sich stellt wo man dann merkt ja irgendwie macht das gerade gar nicht so viel Sinn und damit erscheint dann oft Situation ziemlich unlogisch er hat mal eine Zeit lang Kontostände von Zuschauern verdoppelt wie viel Geld hast du auf deinem Konto wie viel Geld hast du auf deinem Konto wie viel Geld hast du auf deinem Konto wo man sich dann halt einfach nur fragt jo was ist denn jetzt jemand da irgendwie mit mehreren Racks ankommen komischerweise haben die Leute in den Videos immer so 50, 60, 70, 80 Euro stell dir mal vor hast gerade hast gerade Gehalt bekommen und dir nicht viel Geld hast du auf deinem Konto und du Bruder 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 Bitte Bitte also Ende Dezember Ende Dezember so oder hat YouTube schon ausgezahlt ich glaube noch nicht doch 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 aber Ding ist muss auf Twitch muss noch auszahlen da darf darf er gerne meinen Kontostand einmal verdoppeln so bevor am liebsten bevor Miete abgeht und solche Dinge so gerne gerne dann lebe ich einfach mal gut dann lebe ich einfach mal wirklich gut so kann er gerne machen so aber das Ding ist das ist ja sowieso alles gestellt also der weiß ja wie viel Geld die Leute haben und er hat ja deren Erlaubnis sie zu filmen heißt so oder so weiß er ja was es ist halt dumm es ist halt dumm das ist halt ...euro auf dem Konto 50 Euro 81,24 Euro um die 60 Euro Fragen über Fragen die wahrscheinlich nie beantwortet werden diese ganze Geschichte haben aber auch schon viele andere Leute behandelt wie beispielsweise die Leute von offen und essen wir haben diesen zufällig ausgewählten Passanten zufällig mal durch eine Gesichtserkennungssoftware geschickt und stell dir mal vor wo der zufällig arbeitet zufällig bei Finnel richtig ich wollte das ganze hier einfach nochmal ansprechen denn es sind doch einige Infos die einige interessieren könnten die selber waren halt auch eher in diesem lustigen funny goofy Mode ich glaube uns war das selber auch in dieser Situation gar nicht so krass bewusst aber nachdem ich jetzt mal ein bisschen recherchiert habe und so weiter habe ich auch direkt gemerkt ach das passt jetzt nicht so in die Google Quest rein wie gesagt trotzdem sind das halt Infos die glaube ich ganz interessant das ist halt schon wild wenn du einfach deinen eigenen Arbeitskräften Geld schenkst und dich dann als den Gönner inszenierst ist das halt schon wild auch in der Google Quest Folge werden wir nochmal das Interview reinschneiden aber ich glaube nicht viel weil vor allem mit dieser Ernsthaftigkeit und dieser Länge des Interviews passt das einfach überhaupt nicht in eine Google Quest Folge rein deswegen heute halt dieses kurze Video wo ich einmal auf dieses Interview ganz genau drauf eingehe da hätten wir halt in einem normalen Interview in der Google Quest Folge gar nicht die Chance gehabt nächste Woche kommt dann die richtige Google Quest Folge raus die dann in Köln zur Karnevalszeit aufgenommen wurde dort sind wir auch schon wieder sehr sympathischen Leuten begegnet was guckt die dann an? die haben da Baustunden, mein Ebel mein Megafon ist jetzt frei real talk real talk und da werde ich mich auch wahrscheinlich wieder unbeliegt ich hasse diesen Straßen- und Frage-Content ne ich hasse diesen Straßen- und Frage-Content das ist so niveauloser Schmutzdreck der nicht sein muss einfach irgendwelchen besoffenen Menschen Fragen stellen so ganz ehrlich das kann so weg das kann so weg dieser Content ich finde das so unnötig ich sehe also letztendlich ist das auch nur haha hihihi die bedämen sich assig haha hihihi guck mal guck mal assnitv in live hahaha hihihi was soll das ich finde das so unnötig ach dass der dass das weiterhin gemacht ich verstehe das nicht wirklich das also weiß ich nicht ich fühle das überhaupt nicht war wie immer ein unglaublich schlimmer Fiebertraum und check vor allem die zwei italien Folgen ab denn das sind einfach Folgen wo wir reisen und wir sind leider keine Leute wie ungespielt oder so wo man sich so denkt oh mein Gott umgefährt nach Italien und deswegen werden die halt immer nicht so krass gut geklickt aber ich sag euch ihr werdet es nicht bereuen denn diese Folge ist unglaublich Fiebertraum mäßig und deswegen kann ich sie euch nur ans Herz legen aber wie gesagt in einer Woche kommt dann auch schon hier eine neue Interview Karnevals Folge raus kannst du den Peaches zocken auswendig ne auf jeden Fall sind die Italien Folgen gleich in der End monz vergesst auch nicht den Channel zu abonnieren denn hier auf diesem Channel drop in zwei Wochen takt ein dauernd neuer Content in denen unglaublich viel Arbeit steckt Liebe geht an jeden raus der die Goofy-Quest-Folgen schaut und uns damit unterstützt auch an die Leute die kommentieren liken etc das ist immer um ja ok gut ok ich habe das Interesse verloren aber danke für das Video für die Aufklärung fand ich eigentlich sehr gut dass sie sich da die Mühe gemacht haben das einmal aufzuarbeiten Findl hat übrigens zu den Anschuldigungen ein Statement gebracht das ist äh wild und zwar ist das irre lang mit Timestamps und allem der hat das richtig ernst genommen äh ja das richtig ernst genommen äh und mein fauler Arsch will das eigentlich nicht vorlesen müssen denn ich bin Legastheniker und ich bin lesefaul äh 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 aber tue ich das jetzt trotzdem ah ich bin clever denn ich weiß ja wo ich das Video her habe denn ich habe noch jemanden gesehen der dieses Video äh äh lasst PC vorlesen mh hm das könnte man tun ja kurz ein Wort dropieren, ja das mache ich das mache ich sso das ist ne gute Idee, das mache ich äh äh denn meine Freunde der Sonne wie ihr alle wisst bin ich lesefaul ihr ja auch ja auch Habe ich gesagt? Ne, äh, SEO. Ich habe das Video von SEO gesehen, gehabt, dass er das äh darauf reagiert hat. Und also ich habe es nicht gesehen, die Reaction, sondern ich habe gesehen, dass er darauf reagiert hat, bin dann auf sein Video, Original Video und dann darauf gesteuert. So. Wir lassen uns auf ganz entspannten Hasen vorlesen äh, von Word. Ich muss nur noch die Vorlese-Funktion wiederfinden. Wo war die noch? Lesemodus, das war sie nicht. Aber das kann ich hier schon mal so machen, dass wir ähm, laut vorlesen. So. Kann nochmal umschalten. Äh, ähm, schreibst du eigentlich auch in Word? Also dein, ja, schreibe ich auch. Auf jeden Fall. Sekunde. Ach, guck mal. Hat er direkt, hat er direkt sogar gefunden, die Szene. Das lieben wir doch sehr. So, meine Freunde der Sonne, mit der Kunst, der Technik, der Technik, lassen wir uns vorlesen, hier im Legasthenica-Stream. So ein Ding ist das. Los geht's. Ich höre nichts. Von Juju angepinnt. Ed Finnelit. Vor zehn Tagen. Geil. 1,38 Millionen Subscribers. Subscribers. Hallo Juju, vorab möchte ich betonen, dass ich eine transparente und kritische Aufarbeitung von Influencern und deren Projekten richtig und wichtig finde. Wichtig und richtig an der Stelle. In diesem Kommentar werde ich meine Sichtweise der Dinge kundtun und einige Passagen aus diesem Video richtig stellen. 0,05, 0,34 Er ist unter anderem darunter bekannt, dass er an Anführungsstrichen random Leute auf der Straße krass teure Sachen schenkt, wie real das Ganze wirklich ist und vor allem wie wir diese Situation immer sind, vor allem wenn man die gleiche Szene anscheinend mehrmals neu dreht, wenn ich Leute auf der Straße anspreche, sind das in jedem Fall zufällig ausgewählte Menschen. In jedem Fall. Aber in jedem Fall ist das dann auch wirklich so mal offen und ehrlich. William mit Gesichtserkennung rausgefunden haben, dass das eine Person, das war eine Person war, die bei ihm gearbeitet hat. Also das war ja dann keine zufällig ausgewählte Person. Oder? Also, er kann natürlich auch niemanden gefunden haben und zufällig hat er seine angestellte Person dann ausgewählt. Das könnte natürlich gewesen sein. Das könnte natürlich so gewesen sein, wenn man es ganz genau nehmen möchte. Es findet niemals ein Casting oder ähnliches statt. Die Leute aus meinen Videos dürfen jedes Mal die Geld- oder Sachgeschenke behalten. Noch nie habe ich etwas zurückgefordert. War das jemals, stand das jemals in Frage? Das wäre absolut wild. Hey, lass mich dein Gesicht in meinem Video verwenden, wie ich dir Geld gebe, das du dann nicht behalten darfst, aber ich mache Geld mit dir, deinem Gesicht und mit dem Akt des Gebens. Das wäre halt komplett wild. Also, das ist das Mindeste, dass die Leute doch zumindest die Sachen behalten, für die du dich inszenierst, dass du sie gibst. Also, was zur Hölle? Wichtig ist, dass wir Video-Ausschnitte teilweise mehrmals drehen. Ja. Das hat zwei gute Gründe. Erster, wenn der Teilnehmer sich verspricht oder er selbst mit seinem Blick, seiner Formulierung oder ähnlichem nicht zufrieden ist. Da diese Videos mehrere hunderttausende Menschen sehen, soll sich der Teilnehmer wohlfühlen und hat meiner Meinung nach ein Recht darauf, dass in dem Video alles nach seiner Zufriedenheit läuft und er im Video nicht falsch dargestellt wird. Aber das ist ja auch ein Stromhandel, oder nicht? Es geht ja auch gar nicht darum, dass er die Videos mehrfach dreht. Es ist doch klar ersichtlich, dass diese Videos gestellt sind und das verändert natürlich die Wahrnehmung der Videos. Dass er im Vorfeld weiß, hey, die wissen, was sie erwarten, was sie bekommen. Ich habe die Erlaubnis, diese zu filmen und so weiter. Das steht ja außer Frage, dass er die Leute, die er filmt, dass sie sich dabei nicht unwohl fühlen. Das steht ja außer Frage. Und das, also, gab es aber auch schon mit dem teilweise zurückfordern. Echt? Yikes. Ich bin mir sicher, dass jeder meiner Video-Teilnehmer stets mit den Videos und seiner Darstellung zufrieden ist. Zweiter. Das Ding ist, das war doch, also der, um das den Strom an einmal zu den Banken, die Aussage, ich glaube, die kam von, von SEO. Gehen wir doch einmal kurz auf, äh, auf Ernst hier. So, wenn, wenn, wenn ich sowas mal habe, mir ist Mühe. Ne? So, äh. Das macht die Szene ja nicht weniger weird. So, ne? Das macht die Szene ja nicht weniger weird, nur, nur, weil die Zuschauer sich dafür, äh, wohlfühlen sollen. Es macht sie, es macht die Szene ja nicht nicht weniger, es unterstreicht ja nur den Charakter des, des, äh, gestellsten. Und, das ist halt immer, ja, das ist halt, gut, es ist kein Strom an, aber es ist halt auch kein Gegenargument, sondern einfach nur so, ja, wir drehen das mehrfach und weil die Leute sich halt wohlfühlen, aber die Rechtfertigung an der Stelle ist ja irrelevant, das ist ja trotzdem noch weird, weil es halt gestellt ist. Um die Videos für meine Zuschauer spannender zu gestalten, drehen wir manchmal aus mehreren Perspektiven. Das ändert nichts daran, dass sich die Teilnehmer über ihre Geschenke freuen, echte Emotionen zeigen und die Geschenke auch behalten dürfen. Die Videos sind niemals fake. Naja, die sind ja inhärent fake. Ups. Wieso hat er das? Nö, er hat nicht umgeschaltet, ne, er hat nicht umge... Er hat nicht den umgeschalteten Hasen gemacht. Ich nenne mir das hier mal hoch. Ne, ich blende das einfach aus. Machen wir das so. So. Es ändert ja nichts daran, dass das, äh, dass das Format fake ist. Dass die gestellt sind und dass die Leute wissen, was sie bekommen und dass sie was bekommen. So, das ändert ja nichts daran. Und da sie nachgedreht sind, sind die Emotionen ja auch nicht, nicht echt, beziehungsweise echt wahrscheinlich schon. Du freust dich auch im Nachhinein noch so, aber es ist halt nicht authentisch. So. Würde man im Vorfeld sagen und wissen so, hey, da wurden Leute gefragt und gesagt, dass sie Geld bekommen und was sie bekommen, so, dann hat es natürlich deutlich weniger Attraktivität zum Konsumieren des Contents, als wenn du es nicht weißt und du denkst, das ist einfach nur eine nette Geste, die zufällig passiert, so. Und das zu verneinen ist halt lost. 0, 58, 1, 0, 6, wie kann das damit zusammenpassen? Also, wiederhole es sogar. Wo dann mit seinem Hund immer noch an dem typischen Platz auf der Straße zu finden ist, offensichtlich hat sich ja hier anscheinend gar nichts verändert, ich habe in meinem Video erwähnt, dass Hans-Jürgen in einer eigenen Unterkunft wohnt. Das ist auch richtig, Hans-Jürgen hat seit einiger Zeit eine eigene Wohnung. Nichtsdestotrotz hält sich Hans-Jürgen viel auf der Straße und an dem gezeigten Platz auf. Laut seinen Erzählungen verdient er hierdurch einen Großteil seines Lebensunterhaltes. Nur weil jemand auf der Straße Spenden sammelt, heißt es ja nicht, dass dieser obdachlos ist. Nee, das ist richtig. Ich sehe jetzt noch nicht ganz, warum das eine Abwendung der Kritik ist, weil die Situation, die dieser Mensch hat, hat sich ja nicht mit dem Inszenieren und Geschenken und dem tollen Erlebnis, was er ja den Tag erlebt hat, verändert. Es ist ja immer noch, es ist ja direkt wieder zurück, Status quo. 1,16,1,22 Mir ging es an diesem Tag sehr gut, ja ganz ehrlich. Aber es war ein bisschen zu schnell und zu riesengroß, ich habe mit Hans-Jürgen über Wochen hinweg einen intensiven Kontakt gepflegt und genau herausfinden wollen, worüber es sich freut. Das Wichtigste war für ihn die Rettung seines Hundes, Mr. Kohl. Aus diesem Grund haben wir für Mr. Kohl einen Spendenaufruf gestartet. Da uns aber jemand anders zuvor gekommen ist, habe ich sämtliche Spenden an die Spender zurückerstattet und habe Hans-Jürgen aus eigener Tasche 1.800 Euro gespendet. Darüber hinaus haben wir Hans-Jürgen für den Drehtag eine Aufwandspauschale von weiteren 450 Euro gezahlt. Ich wollte Hans-Jürgen aber... Ich finde auch das immer noch nicht gere... Ja, es ist gut, dass der Kerl Geld kriegt, trotzdem finde ich es immer noch nicht geil, dass man die mittellose... Er darf abdrücken ans Amt. Oh. Ja, wahrscheinlich, ne? Also, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird das gegengerechnet gegen seine... Ja. Ja, er wird ja wahrscheinlich beziehen, ne? Bürgergeld. Und dann darf er das natürlich abdrücken. Nicht einfach nur plump das Geld übergeben, sondern die Übergabe etwas ausschmücken. So habe ich ihm beispielsweise seinen großen Wunsch erfüllt, Köln von oben zu fotografieren. Mir war es auch wichtig, dass von dem Thema Armut und Obdachlosigkeit mehr Menschen erfahren. Ja, aber das erfahren sie doch nicht, indem du ihm in den Helikopter setzt und einfach mal durch die Stadt fliegen lässt. Dadurch greifst du doch nicht das Thema Armut und Obdachlosigkeit auf und arbeitest das auf. Sondern du benutzt dann von Armut und Obdachlosigkeit betroffene Person eventuell aus, um damit Reichweite zu machen. Und gibt es ja halt wegen Geld, was die Person dann im schlimmsten Fall sogar noch dann am Finanzamt oder an der Bürger Büro dann wieder abgeben darf. Mein Gott, Behörde für Bürgergeld wieder abgeben darf. Genau deshalb haben wir ein Interview mit der Berliner Stadtmission geführt und in mein Video eingebaut. Durch Aktionen wie einen Rolls Royce, einen Helikopter oder den Frisurbesuch, konnte ich Hans-Jürgen nicht nur den coolsten Tag seines Lebens, wie er auch in meinem Video bei Minute 6 Uhr 8 sagt, erfüllen, sondern auch sicherstellen, dass das Video so interessant ist, dass es viele Menschen sehen und von diesem Thema erfahren. Das ist halt eher der Schwerpunkt des Videos, dass es so viele Menschen wie möglich sehen und davon unterhalten sind. Weil, also, 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 Jobcenter oder Arbeitsamt, ja, das hat mir gefehlt, sorry. natürlich geht es ihm da um die Reichweite. So, das halt nicht, also, ich finde, das ist, weiß ich nicht. Heiß ich nicht. 1, 52, 1, 55 und am Ende darf er noch in einer Suite schlafen, wobei, naja, das stimmt nicht so ganz. 3, 06, 3, 11, also, Jürgen hat gar nicht in. Der Suite geschlafen, sondern einfach wieder am Bahnhof. Strich, das ist falsch. Selbstverständlich haben wir die Sweat für Hans-Jürgen gebucht. Richtig ist, dass uns Hans-Jürgen gefragt hatte, ob wir ihn zurück zum Bahnhof fahren könnten, weil er gerne nach Hause möchte. In deinem Video sagst du aber, dass Hans-Jürgen am Bahnhof geschlafen hätte. Das stimmt so nicht. Hans-Jürgen hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine Wohnung, was ich am Ende des Videos auch bewusst erwähnt habe. Ja, aber das ist doch, das ändert doch dann auch wieder überhaupt nichts. Effektiv hat er doch dann auch nur, hey, guck mal, das ist alles das, was du nicht hast und jetzt zurück in dein altes Leben. Aber hoffentlich war dein Tag jetzt sehr schön. Und danke, dass ich mit dir und deiner Leitsituation 1,6 Millionen Aufrufe machen darf. 4, 18, 4, 22 komischerweise haben die Leute in den Videos immer nur so 50, 60, 70, 80 Euro auf dem Konto, wie du in den Videos siehst, sind das meist jüngere Menschen Jugendliche gewesen. Ich bin davon überzeugt, dass ein Großteil aller Jugendlichen in Deutschland nicht viel mehr als diese genannten Beträge auf ihrem Taschengeldkonto haben. Zumindest war das bei meinen Videos so. Wären diese Videos gefaket, wäre ich mir sicher, dass das bereits längst herausgekommen wäre. In dem Fall sind sie ja gefakt, weil du im Vorfeld gefragt hast, ob du das mit denen machen darfst. Auch das ist ja nicht authentisch. Also ich würde da schon trotzdem davon sprechen, dass das Video gefakt ist. Zwar nicht komplett gestellt, alles gestellt, so, aber, also, ja. 4, 34, 4, 42 Hier blendest du leider ziemlich kontextlos einen Ausschnitt aus dem Offen-UN-Ehrlich-Video ein, in dem es gar nicht um mich, sondern um den Creator Mandraj geht. Ich habe mit ihm zwar eine gemeinsame Firma, jedoch ist er eine selbstständige Person. Es ist in deinem Video so geschnitten, dass man denkt, dass es in diesem Teil des Beitrags um mich geht, das ist völlig falsch. Wie anfangs erwähnt, sind Geschenkaktionen auf meinem Kanal niemals gefaket. Jetzt bin ich verwehrt und jetzt müsste man, um das auszuprüfen, das Video von Offen und Ehrlich angucken. Ob das wirklich so ist, wie er das hier darstellt. Weil wenn die zusammen unterwegs waren und er mit, also, ich kenne den Kontext nicht des Clips, das ist richtig, aber weiß ich nicht. Bin da skeptisch, gefaket. Die Passanten sind immer zufällig gewählt und dürfen ihre Geschenke behalten. Das sagte er schon. Ich hoffe, ich konnte dir euch jetzt einen transparenten Einblick in die Situation geben. Sicherlich hätte man einige Punkte in dem Video bereits entkräftigen könnten, hättest du mich vorher kontaktiert. Mir ist eine kritische Berichterstattung wichtig und ich bin immer bereit, über so etwas zu sprechen. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und würde mir wünschen, dass diese Punkte richtig gestellt werden. Alle Liebe, Finn. Das klingt wirklich ein Stück weit nach Chat-GPT. Es klingt echt ein Stück weit nach Chat-GPT. Gibt es dem genug Input? Das soll gesagt werden? Und dann und dann wieso wiederholt er sich da einfach nochmal? So etwas macht halt gerne mal eine KI. Nicht speichern. Es kann ich mir gut vorstellen, dass Chat-GPT sein Statement gebracht gegeben hat. Nochmal in Verbindung mit natürlich den Thumbnails Heimstamps. Ja, sehr spannend. Vielleicht greife ich das nochmal auf in einem eigenen Video. Ich meine, SEO hat ja auch darüber gesprochen und ich finde es generell auch super unangenehm dieses ganze Format so mit hey, wir schenken mittellosen On-Camera Geld und inszenieren uns dabei als tolle, dufte Menschen. Ich finde das unangenehm. Ich finde das irgendwie weird.